Unser Fahrradmechaniker. Er kümmert sich darum, dass ganz Deutschland ungebremst losradeln kann. Für jedes Schutzblech ist er der Richtige. Er ist es, der Licht ins Dunkel bringt. Und wenn mal was schief läuft, ist er die geölte Maschine, die allen wieder in den Sattel hilft. Denn bei einer schwachen Kette ist er das stärkste Bindeglied. Der Swapfeeds-Mechaniker. Leute, Schluss jetzt. Habt noch genug zu tun. Klar. Swapfeeds ist nicht nur der coolste Arbeitgeber für Fahrradmechaniker, sondern auch der am schnellsten wachsende. Darum brauchen wir dich. Du hast keine Probleme, dir die Hände schmutzig zu machen und bist bereit, in deiner Karriere einen Gang höher zu schalten? Dann bewirb dich direkt unter jobs-swapfeeds.de als Fahrradmechaniker. Oder auf andere Stellen in unserem Team. Und nachher auch schön aufräumen. Natürlich.